Storko hat seine Burg wieder. Ein Brand zerstörte 1978 das Hauptgebäude. Seit 1999 wurde die Burganlage wieder hergerichtet. Die Storko Burg ist eine der ältesten Burganlagen in Ostbrandburg. Sie wurde bereits 1136 erbaut. 1538 wurde der Gefolgsmann des legendären Hans Kohlhans, Stefan Meißel, im Turm der Burg zu Tode gefoltert. Der Wiederaufbau der Burganlage, so finden wir, ist gelungen. Untertitelung des ZDF, 2020 Die historische Altstadt wird geprägt vom Marktplatz mit den 100-jährigen Linn und der Friedenseiche. Storko gehört zu den ältesten Städten Brandenburgs. Sie bekam 1209 von Kaiser Otto IV. die Stadtrechte. Die hölzerne Zugbrücke wurde in den letzten Jahren erneuert. ul一個 bis 125 bis 12lic z intéress principaleidad. Sie alkoholiert den untertitelung des ZDF, 2020 untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020